ein herzliches hallo von mir an euch hallo hallo ich bin dead by daylight wer hätte es gedacht und zwar mit bill und wir spielen einfach ganz normal weil heute ist samstag samstag ist keine challenge könnten wir mitnehmen und bill haben wir glaube ich schon eine weile nicht gesehen wie immer übrigens wenn ihr survivor wünsche habt schreibt es gern mal sprühen die dinger immer funken wenn ihr survivor wünschen abschreibt gerne in die kommentare ich bin immer so ein bisschen einfallslos die ist auch schon ein totem weg also zwei totems sind schon mal weg kaleb schon wieder ich war mir gerade unsicher aber jetzt habe ich es nochmal gehört es ist schon wieder ein kaleb wir hatten doch mit echt erst okay ich muss tatsächlich sagen dass der trickster der neue killer sehr 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 selten gespielt wird weiß nicht ob das ein anzeichen dafür ist dass er vielleicht ein bisschen schwächer ist und die leute deswegen nicht spielen möchten ist es ist denn ernst jake mensch ich weiß nicht ob das clever ist der ruin oder hat er den getreten den generator dort drüben ich weiß wo ruine ist ich weiß wo ruine ist Ich versuch, ich versuch's immer wieder mit diesen 360s, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich krieg das nicht koordiniert. Ich bekomm das einfach nicht hin. Es ist Zufall, wenn das funktioniert. Haben wir nur zwei Mates? Ach, da unten. Ja, mach halt erst mal die Kiste auf. Und mach Krach, sooooh. Guck mal da. Ja. Ja. Hat der Nervenkitzel der Jagd dabei? Sieht er, wenn wir an Totems gehen? Oder warum ist der immer wieder zur Stelle? Entschuldigung, Li. Ich habe sie voll dem Killer ausgeliefert. Aber sie weiß jetzt auch, wo Ruin ist. Ist doch gut. Hat der Nurse's Calling auch noch mit? Hat er alles mit? Hat er mehr Perk-Slots? Ach, Jake heilt sich auch grad dort hinten. Und die andere macht hier ein Jen. Ja. Cool. Nancy, weißt du, du hinkst noch nicht. Er kennt? Sein Ernst? Sein Ernst? Ich hab geliehene Zeit. Aber... Warum campt der denn jetzt? Wir haben noch zwei Jens zu machen. So. Ich geh jetzt hier hin. Und heil mich. Und heil mich. Und heil mich. Wenn er jetzt hierher kommt, dann ist es Nurse's Calling. Warum lässt er denn die Nancy immer in Ruhe? Ja. Der Nancy. Caleb, magst du Nancy? Ich würde gern... Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist halt jetzt so, noch einen Jen zu machen. Ich hätte Ruin schon gern weg, ehrlich gesagt. Ach, cool. Danke. Weil ich glaube, wir müssen im Haus den Jen noch machen. Warte mal kurz, ob er Barbecue hat. Ob er jetzt hier hinterkommt. Es sieht gerade so aus, als ob da ein Boot umstammt. Was, Geline? Schafft es echt noch rum, der Junge. Oh, sorry, Jake. Ich geh mal ganz weit weg von den Ausgängen. Ach, da bist du jetzt da. Nancy, oder was? Na gut. Ich glaube, Nancy hat die ganze Gents gemacht. Ich bin mal nicht so böse. Nancy hat, glaube ich, echt die Gents gemacht. Also es sind mindestens drei Totems weg. Ich hatte eins am Anfang gemacht, Jake hatte eins gemacht und Ruin ist weg. die Gents müssen entweder beim Zirkus hinten sein. Äh, oh, hier. Nicht die Gents, die Totems meine ich. Muskiere mein Leben. Sie ist eh tot. Hier hilft's nicht mehr viel, aber uns kann's helfen. So, erst mal weg da. Okay. Fahr ist gebannt. Welcher Ausgang ist denn jetzt offen? Hier ist offen. Er ist tot, äh, Blutwächter und so. Tschüss. Ich wundere mich, warum ihr mir manchmal noch zuguckt. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich bin ein Ultra-Anti-Mate. Aber er war jetzt ja eh tot. Was sollte ich denn jetzt drin warten? Das bringt doch niemanden Bote. Ich habe keinen einzigen Mate geheilt. Naja, egal. Wir sind schon wieder rausgekommen. Es läuft. Es läuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag. Und morgen gibt es wieder eine Runde Killer. Genau. Morgen ist Sonntag. Es spielen wir Killer. So wie sich das gehört. Ich hoffe, ihr habt noch einen tollen Samstag. Oder wann auch immer ihr das Video schaut. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Einen schönen Nachmittag. Einen schönen Nachmittag. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag.